Jan, you ready? Ja. Okay. Wir mussten sagen, I was born ready, motherfucker. Ja. Du? Ja. Nein. Okay. Fertig. Mit Geräuschen machen. Was war das, was gepupst war das? Das war mein Stuhl. Ich weiß, ob das war irgendeine Tür oder so. Ich weiß, wie mein Stuhl ist. Ich weiß, wie mein Stuhl ist. Das war, das war das Ding, ne? Die, die, die. Von, von, von Phasmo. Ja, lass mal jetzt anfangen hier. Was ist das? Okay, okay, anfangen, anfangen. Ja. Hey Leute, wass up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück zu Fuchs Jenny Boon Leveled Classic. Hallo Fuchsi, hallo Jenny. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut. Und euch? Ja, gut. Auch gut. Oder was? It's Monday, bitches. Ja, grüß Gott. Hallo, du Zuschauer, bitte. Nein, es ist Montag Jenny. Nein. Es ist Montag. Du musst immer für die Zuschauer reden. Hä? Ja. Ja. Und das wird, nachher wird's doch verwirrender Jenny, aber ich bereite dich jetzt langsam gleich vor. Okay. Hey. Es droppt. Es droppt, epic, random, legendary. Oh, Berggeil, Alter. Ja. Ja. Entschuldigung. Moni. Wie ihr seht, liebe Zuschauer, haben wir uns heute Verstärkung rangeholt. Die Jenny mit ihrem 60er Shadow, weil ich wollte ein paar Sachen erledigen. Ähm. Nämlich wollte ich mal diese scheiß Arati-Quest hier loswerden. Und wir werden den Hammer holen für Zulfarak, den wir gestern benutzt haben im Livestream. Den holen wir uns heute halt. Genau. Hier müssen wir, glaube ich, hin. Moment, was? Ja. Genau. Wir holen quasi jetzt in der Zukunft den Hammer, den wir gestern in der Vergangenheit benutzt haben im Livestream. So ist es, ja. Hä, ist das nicht woanders? Ja, ja, der Hammer machen wir nachher. Jetzt machen wir erstmal die Aldi. Okay, okay, okay. Aber du musstest ja hier den Splitter von Myzrael aktivieren. Das machen wir, sobald wir die Fesseln haben. Wir brauchen Fesseln. Wir haben alles, Fuxi. Ich habe keine Fesseln. Moni, ich habe keine Geister auf den Fesseln. Wait, what? Warum haben wir keine Fesseln? Safe, weggeschmissen. Geht zu den Splittern von Myzrael, beschwört und besiegt sie. Sammelt ihre Fesseln. Achso, ja, ne, ich weiß warum. Weil das, guck mal, das ist so Klassik mäßig. Das da ist die Quest abgeben, Fuxi. Das ist nicht die Quest starten. Ah. Was wir machen müssen, das mache aber jetzt nur ich schon, schau mal zwei, okay? Okay. Was wir machen müssen, ist, wir müssen die Aldi beschwören mit, äh... Slash, S, ich. Nein, mit irgendwas aus dem Inventar. Höre dich. Snell. Okay, da kommen viele Ads. Das ist schlecht. Wir tun einfach mit Israel umzufokussen, Jenny, okay? Und Fuchs und ich machen so ein bisschen Ads von dir weg. Okay. Oh, das ist ja voll die Titanen aus Uldur. Ja. Vor allem hat sie 11,4K, Alter. Vor allem, wie sie einfach sagt, du hast dir gedient, ne? Hä, was... Was machst du? Was machst du außerhalb von unserer Zeit, Jenny? Ich hab ja gedient. Naja. Alla, das Spiel ist vorbei. Ich weiß, ich hab... Kein Zahn. Oh, das ist bestimmt wegen dem Bug, den ich hatte. Warte, ich muss gleich leicht gehen. Ah. Auf dem Bug können wir auch mal zu sprechen kommen. Oh shit, jetzt haben wir viele Ads. Los, Mützreil. Fokus, Mützreil. Oh, ich sterb ja. Hilfe. Ja, Fokus, Mützreil. Alter, execute. Nice. Nice, schnell looten, Fuchs. Ideal, schnell looten. Nice, Stirnband. Und weglaufen, weglaufen, weglaufen. Oder wollt ihr die töten? Oh, ich bin... Ich bin creased. Ähm, ich sterbe. Ich mein, wir können sie töten. Check ihr Heidi mal. Ich versuch's. Die Fuchse nicht killen schon. Ich mach mal die Feuer-Eles. Ich mach mal... Ich mach mal Marsch vor Jenny. Jetzt geht's auf mich. Oh, scheiße. Oh Gott. Warte. Aber du kannst durchziehen, Jenny. Du kannst richtig durchziehen. Ich hab keinen Marner mehr. Oh Gott. Aber ich komm. To the rescue. Die geben bestimmt voll viel so Elementarsachen. Das muss sein, ja. We watch the neighborhood is coming, ne? Das, 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 das ist die Nachbarschaft, ich sag's dir. Die kommen schon. Cool. Nice. Nice. We did it, Alter. We did it. We did it. Wir geben gar keinen Loot. Ja, toll. Aber jetzt können wir die Fesseln abgeben, ne? Jetzt können wir die Fesseln abgeben, that's right. Bitteschön. Boah, das ist mir halt. 7.000 Expo. Holy shit, du. Okay. Das war schon krasse. Das hat sich gelohnt. Ja. Gut, dann fliegen wir jetzt ins Hinterland. Nice. Hinterland. Ja, Zuschauer, ich hoffe, ihr habt uns alle eine tolle Woche. Ihr habt euch ein bisschen entspannen können vor dem anstrengenden Wochenende und habt uns natürlich den Zulfara-Gran auch genossen. Das war natürlich nicht der letzte Run, den wir hier auf dem Kanal von Muni gemacht haben, weil wir werden noch in BRL reingehen oder in Black Rock Deeps oder irgendwie sowas so machen. Und versunken der Tempel gehen wir noch. Warst du wirklich? Ja, das war eigentlich schon geplant, ja. Na, da hat Muni meine jetzt Deep Expo. Da gibt's Huge, Huge Expo. Ja. War nice. Und du dürfst natürlich auch mal lieben gerne in die Kommentare schreiben, wie sie das findest, dass die Jenny mit dabei ist. Also ich feier's, muss ich sagen. Jenny hat sich extra wecker gestellt. Echt? Ja. Er hat normalerweise Urlaub die Woche. Ja. Ja. Lol, wirklich? Mhm. Alter, das ist wahrscheinlich ein großes Opfer, was du da machst, Jenny, muss ich sagen. Ja. Ist wirklich. Im Urlaub um 10 aufstehen. Oh Leute, gibt's eine Quest? Ja, brauchen wir nicht. Hinterland. Let's go. Oh. Okay. Okay, das wird jetzt ein Abenteuer, Alter. Wir holen uns jetzt den Hammer. Das wird ein richtiges Abenteuer. Ist ja die Jenny am Mittwoch auch noch mit dabei oder nur heute, Muni? Das kommt jetzt drauf an, wie lange wir brauchen. Es kann schon sein, dass er am Mittwoch noch dabei ist, ja. Okay. Ähm. Ja, Burn and Crusade Beta ist draußen. Kann ich da mitsprechen. Hab ich keine. Aber ich hab schon Videos stehen. Ja. Auf YouTube einige. Wo sie ein bisschen Klassen vorstellen, die ich jetzt sehe. Hast denn du eine Beta, Muni? Ich hab eine Beta, ja. Nice. Und ich hab gestern, ich hab ja Asmongold Stream geschaut. Ach, streamt ihr wieder? Ja. Und ich hab, ich hab noch nie, weißt du, ein Erlebnis gehabt mit Asmongold. So. Ganz viele deutsche WoW-Streamer und YouTuber haben jetzt schon Erlebnisse gehabt. Und auch Zuschauer. Der Nichi hat ihn getötet in der Klassik-Beta. Der Ben hat gegen ihn im BG gekämpft. Und, äh, Knopfow von die Meeks haben, äh, beim, weißt du, MDI oder, ne, beim, 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 beim Race to World First, beim, beim Raiden Race, haben die mit ihm geredet und so. Das hab ich sehen, ja. Und dann hab ich ihn geschaut gestern. Und dann kam die Burning Crusade Beta raus. Mhm. Und da gibt's ja wieder nur ein PvE und einen PvP-Server. Ja. Und dann hab ich gedacht, das, das ist meine Zeit. Jetzt bin ich dran. Und dann bin ich auf dem selben Server. Zur selben Zeit. Und bin zur selben Stelle gerannt. Zum dunklen Portal. Ich hab, ich hab so in meinem Kopf, bin ich zusammen, Seite an Seite mit Asmongold, mit Roleplay-Walk, bin ich durchs dunkle Portal gelaufen. In meinem Kopf. Denkst du, der war da? Kannst du vergessen. War mit der scheiß Layering, Alter. Ich hab ihn nicht gefunden. Ich war so traurig. Oh, ich war so traurig, Alter. Oh, wirklich? Sag mal, bist du der Fanboy? Ja. Oh. Oh, okay. Das ist heftig, dass du sowas mal machen würdest. Überhaupt schon. Ah ja. Also, ich kenn dich schon lang. Ich, ich glaub, ich hätt mal komplett, wenn, wenn mir irgendjemand diese Frage gestellt, und wir haben 5.000 Euro gegangen, würde Mooney einen Fanboy-Moment provozieren? Ich hätt' gesagt, nein. Ich hab, ähm, klar hab ich Fanboy-Momente. Wenn ich jetzt zum Beispiel Jesse Cox treffen würde, hätt' ich Fanboy-Moment. Oder eben Asmongold hätt' ich Fanboy-Moment. Oder, ich hatte schon den, den Jessica Nigri-Fanboy-Event. Du kennst. Du kennst. 2018 war das. Aber das ist vorbei, weißt? Ja. Warum? Na, weil ich hatte ja den Moment schon. Es war, es war nicht so, wie ich's mir vorgestellt hatte. Es ist nicht so, wie man sich's vorstellt. Okay. Ja, nicht, dass du wieder denkst. Hä? Hä? Du denkst dir denn nur an Sex? Ich hab'n gar nix gedacht. Natürlich. Nein, das stimmt gar nicht. Okay. Darf, darf ich, darf, darf ich ehrlich sein? Ja, bitte. Du bist immer ehrlich, Fuxi. Jessica Nigri klingt wie ne Sushi-Rolle. Ja, genau. Nigiri, gell? Ja, genau. Ja, ich hab neulich drei Nigris gegessen. Nigiris, nicht Nigris. Haben wir jetzt eigentlich schon die Pilz-Quest? Immer noch nicht, gell? Scheiße. Reiten schon wieder an dem See vorbei. Goddammit. Mich reicht schon richtig, oder? Ja, ja, wir müssen erst auf. Aber pass auf, die sind Elite, Jenny. Die könnten selbst dir ein bisschen weh machen. Die machen da weh. Wer ist nicht Elite? Nee, die oben. Ja, krass. Da ist ein Magier. Oh, sehr gut. Aber 45. Ja, dann impfen wir kurz. Moment. Hä? Moment. Ich hab ihn schon geimpft. Nein. Wir müssen oben die Dings töten. Die Ololala, oder wie die heißt. Ah ja, da oben. Das sind Elite. Gute des Winterschlafs. Ah. Das ist nicht so. Weißt du? Ist nicht so für mich, meinst du? Ja, für euch generell. Da ist sie. Ohlolala. Nee, Kiaga heißt sie. Ja, das sind doch... Das sind zwei. Ja, ja, aber Kiaga toppt unser Item. Okay. Nice. Da kommt der Diebe Blizzard raus. Kick. Komm schon. Boah, ich hab sie gekickt. Level 50 plus. Hoho, ich bin so ein mächtiger Schweuge. Da gibt's keine Mana mehr. Äh. Das geht nicht schnell aus, ne, Jenny? Aber das gefühlt. Okay, dann gibts nie. Oh shit, das ist doch nicht. Oh, die heilt sich. Ich heil dich gerade. Dankeschön. Für meine Heilung ist ja durch. Ist schlecht. Sie sind fast so, Jenny. Lebe. Lebe, lebe, lebe. Ich lebe. Okay, looten. Okay. Nigiri. Hochheiliger Hammer. Das war's doch. Ah! Oh Gott. Und jetzt? Äh. Sollen wir die andere stehen lassen einfach? Nee, nee, nee. Das gibt Ex-Pony. Ja, aber die kommt nicht. Doch, die kommen schon. Da hinten ist sie doch. Ja, aber der Mage rennt hier rum. Tod ist tot, ist tot. Okay. Hat jeder den Hochheiliger Hammer? Yes. Ja. Okay, ausgezeichnet. Dann gehen wir jetzt weiter. Oh, ist das noch ein Random? Ohhhh. Ohhhh. Wir kommen zu spät jetzt. Schnell weg, bevor er, äh, fragt, ob wir es nochmal machen. Bist du böse? Ja, nee, normalerweise würde ich es ja machen, aber nicht im Let's Play. Das kostet halt Zeit, weisch? Ja. Jeder, der mich kennt und mit mir gespielt hat, weiß, ich würde warten und auch noch helfen. Mhm. Das stimmt wirklich. Das wäre die zweite Mitte, die ich jetzt schon verloren hätte. Was? Kaum ist die Jen dabei, bist du komplett anders da, sonst. Das stimmt nicht. Hä? Äh? Das ist so verändert, Muni. Stammel dich! Sag mal, bist du arg rät? Nee. Das ist doch was im Argus. Aber warte, wer, wer soll mir denn sagen? Wir gehen noch hoch und holen den Hammer für ZF. Ich hab dich gewarnt. Das ist ein Wolf? Ja, ich hab dich gewarnt. Das ist ein Wolf? Das ist ein Wolf? Das hab ja nicht gesehen, falls du mit willst. Sie sind unsichtbar. Weisch? Gibt Erfahrung, die man braucht. Nee, 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 schreib das nicht. Level Up. Versprich ihm kein Level Ups. Du kannst ihm keine Level Ups versprechen. Selbstverständlich kann ich das. Ich kann alles. Ja, ich hab's gesehen. Spotted. Oh, da ist ein Wolf hinter dir, Fuxi. Loll, ich seh die nicht. Ja, die sind auch verstohlen. Alles gut, hab alles. Okay. Der hat keinen Bock auf uns. Boah, Sternrubin. Nice. Jetzt hab ich dich geklickt, Jenny, weil du dich... Nice. Das war mein Plan. Die Hoardis machen das manchmal auf PVE-Server, dass man sie angreift. Auf PVE-Server? Du meinst PVP. Nee, auf PVE. Hier, wo wir grad sind, Racer-Fan, ne? Ja. Ach, scheiße. Warum hab ich jetzt zwei Eulenbästchen an der Backe, Alter? Warum hab ich wieder nen Wolf an der Backe? Jenny fühlt sich wie im Kindergarten, sie muss voll auf uns aufpassen. Ich fühl mich wirklich so. Ähm, was ich jetzt erklären wollte. Jetzt pass auf. Du kannst ja, obwohl wir auf dem PVE-Server sind, kannst du ja trotzdem PVP anschalten. Ja. So. Das bringt dir halt normalerweise nix, weil du selber kannst halt niemand anderes angreifen. Nur die Leute können dich angreifen. Ja. Mhm. Initial. Und dann umgehen die Leute das aber, indem sie sich halt PVP anmachen und dann stellen sie sich in Sachen rein, was andere Spieler rechts klicken. Und dadurch greifen sie dann die Leute an, weißt? Weil dann ist initiiert und dann können sie sich gegenseitig auf die Fresse holen. Clever. Ja. Und dann geht man klar von PVP selber, wenn man Bock an sowas hat. Ja. Weil du es halt an und aus machen kannst. Du hast die Kontrolle. Ja. True. Das ist wie War-Mode. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Ja, die kann gut. Ja, okay. Okay. Willst du in Ordnung, Muni? Okay. Kein Ding, Fuchsi. Ich erklär dir gerne Sachen. Weißt? Da drüben ist Alten, Muni. Okay. Hier ist der Plan. Ach, wir müssen jetzt hier hin? Wir müssen ganz oben hin, ja. Da hoch? Ja. Nee, vergiss es. Tschüss. Tschüss. Hä? Hä? Schau, der Kommand, der ist gerade da zurück. Nein, nein, nein. Wir, ähm, ich würde sagen, ich reite vor und pulle die Mobs. Und, äh, falls nicht abgemauern wird, vanish ich, weil ich bin safe, so oder so. Und ihr versucht so weit wie möglich nach oben durch zu rennen. Cool. Warte, stopp, noch nicht. Ich will nur gucken. Okay. Okay. Und los. Entdeckt Jintu Aloha. Jintu. 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 Oh, ich wurde schon abgemauntet Ja, das ist schlecht Ich hab Speed an, warte Soll ich nicht ich vorreiten? Ja, rennt einfach, rennt einfach Einfach rennen, einfach rennen Einfach rennen So weit wie möglich nach oben Na, ich kann ja retzen Falls ich irgendwie Aggro verliere Ich bin Krieger Das ist gut Ich nur Allah Was heißt Ich nur Allah? Sowas wie Hallo Das heißt für Allah Okay, ich musste venischen Das ging nicht anders Weißt du, ich hab mich so gern, aber manchmal Du kannst einfach nicht ernst bleiben Das ist bei dir immer ganz, ganz schwierig Heißt nicht Allah, Kind? Wir machen doch auch Let's Play In der Elfensprache Ich will doch ein bisschen Blödsinn labern Das weißt doch du am besten in deinem Stream Wo du nur erzählst Das will ich Blödsinn labern Ich bin tot Fremdsprachenkorrespondent Mandarinen Hab ich alles in Nürnberg studiert Hab ich gelernt Es ist auch so Du stellst halt nicht mehr klar manchmal Weißt du lügst halt einfach Das ist überhaupt nicht so Ich war doch in der Schule Aber du bist kein Fremdsprachenkorrespondent Du kannst alles sein, wenn du es willst Wie ein Catch-me-if-you-can, oder was? Auf einmal bin ich Pilot und so Oh, Fuchsi Schaffst du den? Nee Nee, der Selite Nee, der Selite Ja, warte, ich bin gleich durch Okay Ja, ich bin tot Nein, 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 komm mal, komm mal, komm mal, komm mal Er rennt nicht so wild rum jetzt Und spult ja noch mehr von oben, oder so Jesus Christ Ich hab dich gerettet, Fuchs Dankeschön Bitte schön Rettet er hin Oh, hey, hey, hey Ja, die sind da voll OP Ja Okay, und voll machen Reckt euch Ich hab euch beide auch immer geholfen Weißt du? Bei Magier Da wo ich auch dachte, so easy peasy Und Joff bin gestorben So oft Ja, das weißt du noch Das weißt du noch Ja, ja, I remember this Do you remember When you sing to Chinta Aloha So, jetzt hab ich kein Wendisch mehr Macht nix Ist schlecht Ja Weil Waschmaschinen leben sowieso länger mit Der ein andermal Ja Die eine andermal Ich wollt Verwärmung sagen Do you remember? Der 5th of November Oh 50 Shades of December Okay Okay So Warte auf, Morten Achso, ja Soll ich jetzt vorreiten? Ja, reih du mal vor jetzt Okay, okay, okay Wir müssen kurz warten Hallo Hallo Jenny muss sie extra so aggro, ne? So wie sie es macht Hallo 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 Oh shit, oh Gott Du bist so aggro Links Ganz links, ganz links Hart links, hart links, hart links Was, jetzt schon? Ah, ne, noch nicht Oh, scheiße Wir müssen noch weiter hoch Wir müssen noch weiter hoch Ich renne, ich renne Oh, ich wurde abgeworfen Lauft 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 Oh nein Scheiße Ich hätte ja so Lust drauf Diesen Gnomende abzuwerben Von seiner Gilde Dass er in die gute Gilde kommt Zu uns Was ist denn für eine Gilde? Irgendwas Zorn Zorn der Titanen Oder so Du kannst du nicht einfach Die jetzt sagen, dass das keine gute Gilde ist, Fuxi Ich hab ja bloß, dass wir Dass wir mir jetzt helfen Und vielleicht möchte ich öfter mal so Hilfe bekommen Weil wir finden jetzt los Hilfe Der ist jetzt schon zweimal gestorben Ist doch normal hier Ja, aber vielleicht weiß er das nicht Das ist bestimmt voll normie Oh, da ist eine Katze Weil der hat Der wusste Der kennt den Schlaghammer nicht, weißt? Der hat nur das eine Teil Der hat das vorher so geschrieben, weißt? So? Ich glaube, das ist ein First-Timer Ah Ja Kann ich ihn auch retten Wo ist er? Ja, ich bin dabei Ah ja, okay, nice, nice Habt ihr Animation nicht gesehen? Voll schön, dass du mit Dabei bist Ich bin dabei, ich bin dabei Heißt halt, du bist mit dem Hammer oder dem Eider Ich wurde angewispert Hammer Ah, wir haben, wir haben Agro, Achtung Oh Ich hab zu wenig Mana Wo? Hier Ja Ja, lass töten Huch Hoppala Bitte retten Bitte, mach dich voll, Jenny Bitte schnell Ja, 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 ja Chill Ich hab fast kein Wasser mehr Und das ist schlecht Ja Guck mal da Guck, wie süß der ist Ich hoffe, ich bin eine Hilfe Die widerstehen oft Ah Und er hat sogar Widerstehen richtig geschrieben Ja Ah, da steht du Ich hab ihn mal eingeladen Ja Super duper ist da Super duper Jetzt müssen Wir Nicht mehr Hier rein, ne? Flüstern Hier wird Jenny Wo Jenny ist Das Ei Das Ei ist doch in der Höhle, oder? In die Höhle gehen wir nicht Ja, ja, stört Da Wir werden so oft verrecken da drin Ich mein, was du im Direkt so geschrieben hast So Ei ist in der Höhle Da gehen wir nicht rein Ja, ja Woher müsst ihr da runter auf den Altar? Ja, aber Links, rechts aufpassen Das sind manchmal Wolfes Guck, da hast du ein Wolfes links, rechts Oh, da ist auch einer Oh Gott Ich bin nur runtersprungen Ich bin Wolverine Ja, das sind alles Wolverines Aber der kommt schon Ja, du hast den Akku von denen Ach ja Ich muss jetzt ein Eier bemoin Machst Bodypending? Ja Oh Gott Bodypending ist erlaubt auf Twitch Das stimmt, ja Was? Ah ja Machen doch voll viele Alter, geil Sogar eine Bekannte von mir macht Das auf Twitch So Warte ich Ich will den Wolf da noch machen Ja Sehr, sehr weise ist das Sehr weise Hä? He's in the floor Okay Widerstehen Jesus Man darf ich den Anschließen Diesen Allmann Noch nicht Okay Diesen Allmann Bitte lasse Amann Achso Oh Gott Aber wir müssen aufpassen Weil die Priesterin Die patrouilliert Okay, ich schieße Okay Drei Ja, schieße Hol ihn mal her Zwei Okay Okay, Moment Anlegen Verfehlen, verfehlen, verfehlen Okay, okay So, den der auf dem Altar liegt Mit dem brauchen wir nix machen Wir müssen jetzt eigentlich nur noch auf die Priesterin aufpassen Die aus der Höhle rausgelaufen kommt Und die müssen wir schließeln oder was? Ansonsten jetzt hier Hammer Hier benutzen Bei wem? Bei dem Altar einfach Oh, dahinten uns ist das Ding Ich kann den einfach nur noch benutzen Achso Ah, okay Oh, die Priesterin kommt Die Priesterin kommt Weg, 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 weg Wir haben geendet Oh, boy Die ist dangerous Die kann pfieren und so Oh, boy Irgendwas hat mich geschiebt Ja, ich kann dich nicht das fühlen Ich weiß Du bist Schurke Pass auf, nicht da hinten folgen Oh, Fuchsi Ja, ich wollte schnell Mann, ey Oh Ja, ich wollte ja Ich wollte halt nicht, dass die da hinten die anderen Leute holen Wenn die wieder rumschreien Hast du gedacht, ne Holt Stoose oder was? Ja Das ist die Überraschungsmoment nutzen Aber wir haben einen insaneen Tank Das ist super, duper Die schiebt, ey Oh, ich will's kicken, ich bin schieb Ich kann nicht Habe ich's noch? Ich glaube, ich hab's noch Ja Ja, du hast's kicken Ja Nice Nice Ich hab keine Mana mehr Das ist schon wieder Schau mal Es gibt die Folge so nennt Jen ja keine Mana 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 Diebipipip Oh, Dacmarie Einen neppen Bild angegetroppt Wo ist mein Hammer? Bip Habe ich jetzt gemacht Ich bekomme ein Schlaghammer von Zuffarak Wollen wir das echt nicht machen mit dem Ei? Das ist ziemlich weit hinten. Ich würde sagen nein. Außerdem ist gerade perfektes EP-Ende. Schau dir mal die Maske an. Voll die schönen Zähne wie der Look. Okay, that's it. Man steht da hinten bei meinem Haar. Also Eingang zur Höhle. Vielleicht kann der Mage echt ein Portal machen. Wohin denn? Hauptsache weg von hier. Eisenschmiede wäre nice. Kannst du Portal nach Eisenschmiede? Da kommt die Stufen nicht hoch wie süß. Oh, ist das geil, Alter. Ich glaube es sind. Oh, oh. Macht er teleportieren oder macht er Portal? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Es sieht komisch aus. Yes, duuut. MVP. Danke. Danke. Nice. Er ist sogar auch mitgekommen. Mhm. Na, der Franz Kappa. Stufe 20 Zwerg. So. Wir haben den Schlaghammer. Ja. Wir haben die blöde Arati-Quest endlich mal erledigt. Ja. Nice. Wie fandest du es jetzt so, Jenny, heute im Let's Play dabei zu sein? Ja, ist gut. Ist gut? Hat es dir gefallen? Hat es dir Spaß gemacht? Ja. Gibt es irgendwas, was du den Zuschauern sagen möchtest? Nein. Okay. Guys, damit beenden wir die heutige EP. Ich hoffe es hat euch gefallen. Falls ja, wie immer schreibt Kommentare, lasst den Daumen da. Und wir sehen uns wieder am Mittwoch. Ich bin der Muni. Ich bin der Fuchsi. Ich bin die Jenny. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Servus, Erdnuss. Tschüss.